Verdammt. Das ist es nicht wert. Ich bin jetzt schnell weg. Wir hätten das Geld so gut gebrauchen können. Er ist rausgekommen um uns zu verpfeifen und um uns doch noch Geld zu geben. Das sind Ruinen. Offensichtlich nichts. Ich will noch nicht ganz aufgeben. In die Wäscherei zurück, das bringt uns auch nicht weiter. Damit die Klamotten zurückzukehren, das ist eine blöde Idee. Können wir auch nicht mehr. Ist doch auch stumm. Das wäre so gut gewesen. Alice im Hotel. Versuch was mit dem Haus. Ein leer stehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Aber kalt. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Der Zaun kann Haus besetzen. Ja, besser als nichts. Dann kriegen wir jetzt einen Drahtschneider her. Ich weiß nicht. Was ist denn denn, was ist das von der Mülltecke? Ist das schon mit drüben oder? So zum Henker soll man einen Drahtschneid herkriegen Hier kommt jetzt nichts mehr Jetzt haben wir auf der Straße schnell schlafen müssen Dann krieg ich einen verdammten Draht schneller her Komm, kehren wir um Ein Draht schneller Verdammt steche ich mich blöd an Hier vielleicht irgendwo An den Mülltonnen suchen Nicht mehr zum Haus besetzen sind wir gut genug Ich werde noch mehr in der in der Wäscherei machen können Dann wird wahrscheinlich Geld bekommen Im Topper liegt irgendwo Geld drin Hätte man vielleicht ein bisschen was für das Hotel gehabt Ich suche mal hier die Gegend ab Wir müssen auch wieder auf der Straße schlafen Ich muss es vielleicht trotzdem versuchen Das können wir nicht durch Wir gehen noch mal wieder zurück Verdammt man Jetzt gehen die Optionen aus Ein Drahtschneider hier irgendwo Ein Drahtschneider hier irgendwo Nichts was auch nur ansatzweise Es bringt nichts weiter zu laufen Der Sucher Für das ist keine Unterkunft Ja, verdammt man Nichts was auch nur trockmal Nichts was auch nur für ein Ein Drahtschneider Und jetzt kommt es zum fixen Wenn wir einen Drahtschneider herbekommen einen verdammten Drahtschneider das einzige, wo ich ein Drahtschneider gesehen hätte sein können entweder in der Mülltonne oder in der Wasch- und Wäscherei verlassene Auto übernachten ist ja noch schlechter als das Haus mit der beste Lösung, die mir hier noch bleibt wenn ich alles verkackt habe wir versuchen hier nochmal rein zu kommen ich habe keinen verdammten Drahtschneider ich weiß nicht, wo ich einen hätte bekommen können Sieht verlassen aus Halte Abstand, Alice wenigstens ein Dach in meinem Kopf es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden die ich auch nicht wir bleiben lieber hier, Alice Sicherheit ist das Wichtigste und es ist nur für heute wo soll es hier noch was geben Um... Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer. Auch wenn es vielleicht nicht die Wahrheit ist, dass wir irgendwann gehen müssen. Das werden wir... Das müssen wir... Neh, mal die Sicherheit zu geben jetzt. Das wird uns das Spiel noch später sehr übernehmen. Sieht einfach ein Stück lang. Flüchtende. Gut, dann schauen wir uns mal an, was wir hier denn anders machen können. Verlassenen waren. Am Hotel und Haus wäre wahrscheinlich das andere gewesen. Letzter Stopp. Bus verlassen. Gab es keine andere Möglichkeit, hätten wir machen müssen. Auch das Fragen nach Unterkunft hätte er uns rausgeschickt. Waschsalon betreten, supermarkt betreten, waschsalon, Untersuchungen, ohne Bühnen in die Katastrophe lesen, Musikmeeting lesen, erlesen, Kleider stehlen, Kleider tragen, was sie mal verlassen werden. Damit hätten wir wahrscheinlich noch Geld finden können. Dann haben wir den Supermarkt. Mit Mitarbeiterinnen. Kasse bemerken, die Waffe einsetzen. Kunde trifft ein. Ja, hier brauchen wir die Waffe dafür. Überfall fortsetzen. Kasse öffnen. Mitarbeiter greift nach Waffe. Aufgeben. Supermarkt verlassen. Hier ist noch eine Alternative, die wir nicht aufgegeben hätten. Und die führt nicht zum, die führt genau zu dem Ende hier. Das ist richtig sicher. Das heißt, wir hätten vielleicht sogar Erfolg gehabt. Das war ja meine Vermutung, dass wir hier, es führt zu keinem anderen Ende, das Tod heißt oder so, oder für alle Polizei verraten. Das heißt, ich habe die Zeiten und Zeichen richtig gedeutet, dass der nochmal rauskommen wollte und uns doch das Geld geben wollte. Das heißt, wir hätten hier noch den Weg gehabt, um ein Hotel zu übernachten. Oder hätten wir noch eine ganze Reihe an Aktionen gehabt. Das hätten wir nur ein bisschen Geld gebraucht. Die Bahnplatz, das Auto aufbrechen, bleiben, das Auto steigen. Ich habe keine Ahnung, wie wir an den Seiten schneller kommen hätten kommen können. Ich muss mir gerade leider nicht zur Stelle sprechen geben. Ich habe das Auto schliefen und alles. Dieses kaum bleiben und verlassen waren. Okay. 6. november 2038 3 uhr 34 jetzt wird es auch lustig den haben sie auch nicht kaputt gemacht das ist doch marcus oder war mal marcus das von dem was ich wirklich geblieben ist nicht nur und rechte wein komponente fehlt stehen nicht möglich fantastisch pumpenregulierung und das system in einer hinsparmodus defekt und einheit beeinträchtigte sicht schädigter gedächtnis ballast audio prozessor defekte audiodaten beschädigt alles im arsch beine ersetzen alter schwede der wurde nicht nur erschossen der wurde komplett wir haben uns komplett platten kaputt hier ist komplett hinüber echte bein komponente zustand funktionsfähig hier kommt nur zu bein komponente sind hier die richtige die neue dran stecken ach nichts mehr funktioniert wir hören die ganze zeit euer bildschirm ist nicht kaputt eure soundboxen sind nicht kaputt und also meine aufnahme ist nicht scheiße und das ist wirklich hier wir hören das durch marcus ohren und sie sind gerade kaputt die sind hier wir sind aufzerstellt worden keine angst ihr habt hier keine aber nichts mehr euer handy euer laptop bei der οι pasando hatjer ist nicht kaputt also denke ich Understanding Nein, das weiß ich natürlich nicht, kann natürlich auch trotzdem sein, aber das dumpfe Geräusch hier, das kommt nicht davon. Das kommt nicht davon. Bein Komponente, Nummer 2. Oha, da liegt noch einer. Wir tun unser bestes, um wieder zu uns zu kommen. So wurde von den Menschen zugelichtet. Oh Gott. Wir kommen mit dem Schrottplatz. Oh Gott. Oh Gott. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Jumpscare. Finde Jericho! Finde Jericho! Hey, lege Scheiße. Was mich da erschreckt. Schnell weg hier von diesem hauseligen Ort. Oha, sie greifen nach uns. Die entzockten Roboter. Die selber Scheiße gebaut haben. Vielleicht wie wir angeschossen. Vernichtet wurden. Die bei der Polizei verirrt wurden und nicht gestanden haben. Weggeworfen wurden. Unter die einfach. So ist das. Maschinen, die nicht mehr gebraucht werden. Auf dem Schrott gelandet sind. Das sind beschädigte Teile. Wenn die Besitzer sie einfach vielleicht nur nicht haben wollten. Ratum mit der Post. Die Sendung. Zu hässlich, zu groß, zu klein. Falschfarbe. Bei der Lieferung lange. Und mit der Zeit einfach irgendwie. Mit der Zeit verschoben. Nein, mit der Zeit. Töten, du weißt. Oh, okay. Sie sind nicht von seinem Ehlen. Ja. Mit der Zeit einfach. Fehler bekommen konnten. So ist das mit der Maschine. ich weiß nicht finden wir noch eine andere, ich das spiel kenne nicht ach du scheiße, warte auf mit den Jumpscares ich werde sie verschonen ich hoffe ich finde woanders noch was geht es hier noch hoch geht es auch zunehmend schlechter ich kann auch nicht wirklich was sehen wir sind verloren und die anderen Roboter und die versuchen hier rauszukommen ich sehe auch nicht besonders viel scheint irgendwas zu sein eine tote Maschine wir kommen hier niemals raus ich sehe nicht wirklich eine andere möglichkeit es ist so grausam ich bin ein AK 700 an euch mein zweck ist ihnen zu dienen was kann ich für sie tun ich bin ein AK 700 an euch mein zweck ist ihnen zu dienen was kann ich für sie tun ich bin ein AK 700 an euch mein zweck ist ihnen zu dienen ich bin ein AK 700 an euch mein zweck ist ihnen zu dienen mein Programm hat eine Anomalie festgestellt bitte kontaktieren sie das Cyberlight-Bankung-Center ja ja ich kann mich genauso sehen ich bin ein AK 700 an ich bin ich bin ein AK 700 an dich ich habe mich application mit einer Na, finden wir hier noch was auf dem Schrott, da sind sie beschädigte Teile. Kompatibel und ein Regulierer, das ist auch den, den wir nicht von den anderen genommen haben, was ich nehmen wollte, das ist neben was von den Regulieren, ich hab doch, wir finden einen anderen. Gehen wir mit. Da gibt es noch was. Einen Audio-Prozessor möchten wir noch, vielleicht hier, um den Ton mal besser zu nutzen. Audio-Prozessor ist funktionsfähig kompatibel, fantastisch. Da muss nur hier kein, wir können es einfach nehmen. Wir mussten nicht mal, wir mussten keine Leute töten, die wir nehmen wollten. Einen muss nur töten, aber der wollte auch nicht. Ich denke, wir können die anderen holen. Nein, komm, ich bin freiherzig. Komm, die sind Wahnsinn. Ja, komm, vorwärts. Bist stark. Lauf mit dir. Bist im Grab entkommen. Bist im Schrotz-Okerab. Was haben wir da? Einen Spitzenstein. Entfernt unser Roboter-Ding. Die LED-Leuchte. Welchen Nutzen hat die? Welchen Nutzen hat diese Leuchte? Aus zu markieren, wer Roboter ist und wer nicht. Scheinbar gar keiner. Man kann es einem ausrechnen. Ich heiße Marcus. Und das Öl mich aus... Glück und Herz. Ja, wenn das nicht hier ruhig war ich gerade. Markus ist von der Toten zurückgekehrt. Zug ins Leben. Dich selbst analysieren. Bei einer Reparierung von der Jericho erfahren. Korridor der Körperteile. Schrottplatz. Noch gelauktische Einheit finden. Ich habe auch jemanden nehmen können wahrscheinlich. Oder Possessor finden. Oder nicht finden können. Pumpen, ich glaube nicht finden können, wäre hier nicht wirklich die Möglichkeit gewesen. Da wären wir... Wir hätten einfach so lange weiter gesucht, bis wir es gefunden hätten. Pumpenregulierer im Toten Android finden. Android bittet, sterben zu dürfen, töten. Und Regulierer im Android finden. Ablehnend für Pumpe zu töten. Ja, das war... Das war... Das, ja... Weißt du es okay war, aber... Hier habe ich mich entschieden, ihn zu erlösen. Aber nicht für Titan. Hier habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Für die Pumpen und Zwinges. Das wäre... Das hätte ich nicht gewollt. Einerglimm... Max... Jetzt. Was ist... Ich versuche keine Geschmack. немного fünfmal für den Planeten. Und jetzt. Schlechst!